Hey Freunde, kommen wir zu den Fortnite Albträumen Aufträgen. Tanze auf einem Wandlungsaltar, um die Jaulerkrallen zu erhalten. Wir machen den Auftrag einmal kurz zusammen. Wie ihr hier auf der Karte seht, haben wir hier einen Haufen Orte, wo wir dies machen können. In meinem Fall machen wir das Ganze jetzt hier oben bei Sleepy Sound. Dort begeben wir uns dann kurz einmal hin. Und dann sehen wir hier auch schon aus der Luft den Wandlungsaltar. Dort begeben wir uns dann kurz einmal hin. Dort sehen wir jetzt, dass da schon einer drauf tanzt. Den eliminieren wir hier kurz einmal. So, dadurch haben wir jetzt hier schon die Fähigkeit bekommen. Okay, damit wäre das Ganze dann auch schon abgeschlossen. Aber wir müssen hier normalerweise rauf, hier einfach unseren Tanz machen. Und dadurch verwandeln wir uns dann. Ja, und damit wäre der Auftrag dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Club. Ciao! Und bis dahin sehen wir uns dann.